Können wir jetzt zum Züge? Willst du etwas sagen? Du bist einer guten Ansager. Ich habe mein Meistergefühl da nicht runtergelegt. War zack, bin ich im Ohr drauf, bin du. Puppi, du bist auch eine super Ansage. Komm mal langsam. Ja, eigentlich ist das der Schluss vom heutigen Abend. Für Eisa, weiss ich wie ihr seid. Das letzte Stück, das wir zusammen spielen, war unser Grundstein für das, was wir zusammen erleben können. Eigentlich war es ein bisschen lustig, wie es entstanden ist. Aber es ist eigentlich hier drin entstanden. Wie soll ich sagen? Ich habe ein Telefon bekommen von einer Kontaktperson, sage ich jetzt. Vom Puppi Glüh. Also ich rede mir ruhig gerade selber als Leute. Ich wusste, ob ich dich dann auch verstehe. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte den Mann streppen. Wir können ja nicht Musik machen mit jemandem, der noch nicht kennen. Und vielleicht stehen wir Kenini und... Und dann habe ich gesagt, dass der Josa, der Geschäftsführer hier vom Feustradys, der ganze Saal hier stillgelegt haben, als wir uns zu zweit erkennen konnten. Also... Also... Das ist jetzt wirklich klar. Also... Ich hatte ja noch André und... Die Kühe ist noch angeschaut. ...Karin Hick genommen. Sicherheitshalber. Aber er ist auch dabei gekommen. Und wir haben gerade geweckt, also... Die Chemie stimmt. Das ist ein guter Sieg, was ich gerade sagen. Wir gehen da zusammen in die Skifere und alles. Dann kannst du gar nicht Skifahren, oder? Ja, das weisst du. Jede Mittwoche hat es mit der Skischule schon. Oder Samstagmorgen, weiss auch nicht. Dann haben wir die Schwandelhöhre in Alp und so. Jedes Mal, ich falle gar nicht eingestiegen. Die Hose geschiffen, weil ich nicht gewusst habe, wo es jetzt ist. Ich fahre nie, ich fahre nicht mehr schieben. Du hast da noch einen Eintalern gehabt, wo ich das nicht schaue. Ich kann Brüder nachher teilen, oder eins bis draussen klicken. Aber eben. Wir sind doch so wüsig gemacht zusammen. Ein Stück heisst, es ist ein Zeug. Und... Ja... Es hat uns... Das Stück heisst zusammengebracht. Und du hast uns dann geschrieben, eigentlich. Ich dachte eigentlich, wir spielen zusammen. Okay. Die Touraufführung war vor gut einem Jahr, dann in der Kirche. Ist auch ausverkauft gewesen, gell? Ja, ja. Wir haben jetzt gerade Seithang, beziehungsweise der Jogelkorn, die ganze Strasse gesperrt. Du hei, haben wir gestaunet von der Stadt her. Die ganze Strasse gesperrt. Ich habe heute noch mit dem Wunder von St.Pier, weil ich schon bereit war. Hast du noch einen Abbreiter bekommen? Ja. Es ist ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Dann wäre dir bereit. Ja. Ja. Super. Es ist ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. hierunter, verdrink ich es in meinen Tränen mehr, vielleicht findet er es wäschet als sie im Blunde, ein paar Platronen und ein Gewehr, es ist ein Zeug, es ist ein Zeug, was flüchtig gemeint hast, wenn du dich zählst, bist für nid und jetzt kommst du noch mehr heim, wenn weisst, sie ist allein und sonst machst du nid. Schon wenig ist gemeint, ich muss es verzagen, ich habe gemeint, ich träge es nie, ich mache es nicht bei dir, aber ich habe keinen Gewehr, es ist eine Zeug. Es ist ein Zeug, es ist eine Zeug, es ist eine Zeug. Was fühl ich weiter? Sieg ein Fies, was ich verliebt. Und jetzt bin ich allein. Es kommt nie in mein Heim. Es ist jetzt hier. Es kommt nie in mein Heim. Es ist jetzt hier. Es ist jetzt hier. Es ist jetzt hier. Ich bin ein Fies. 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 Musik Wo bleibt deine letzte Beschwerde? Oder fällt dir jetzt den Fuß? Musik Es fährt rundum an zu sterben Und unsere Zeit läuft langsam Es ist ein Zeug Es ist ein Zeug Musik Alles was gemeint ist sei ein Fiesbad ist für nichts Musik Und jetzt bin ich allein Es kommt nie mehr heim Es ist ein Zeug Musik Und jetzt bin ich allein Es kommt nie mehr heim Es ist ein Zeug Es ist ein Zeug Applaus Danke für die Stimme Danke für die Stimme Danke für die Stimme Danke vielmals Danke 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 Danke